Was ist für Sie so das Besondere an Ihrem Ruhrfestspiel? Naja, es ist eines der bedeutendsten Festivals im deutschsprachigen Raum, also in Europa. Und das erwartet man ja nicht. Also man kennt den grünen Hügel ja sonst nur in Bayreuth, aber dass es den hier auch gibt. Und wenn man hier raufkommt und dann dieses unglaubliche Gebäude hier sieht, da ist man schwer beeindruckt.